Dieses Video ist das zweite in einer Reihe über stochastische Unabhängigkeit. Wir bleiben ganz elementar und betrachten nur zwei Ereignisse. Es seien A und B Ereignisse, Teilmengen eines Grundraums Omega. Und ich möchte erinnern an das erste Video über stochastische Unabhängigkeit. Die Definition der Unabhängigkeit ist die, Ereignisse A und B heißen stochastisch unabhängig oder kurz unabhängig. Genau dann, wenn die Wahrscheinlichkeit des Schnittes der beiden Ereignisse gleich dem Produkt der einzelnen Wahrscheinlichkeiten ist. Das ist die Definition. Wir haben gesehen, dass diese Unabhängigkeit genau dann gilt, wenn die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt unter der Bedingung B, gleich der Wahrscheinlichkeit von A ist. Das kann ich natürlich nur dann hinschreiben, wenn die Wahrscheinlichkeit von B positiv ist, denn die tritt in der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit als P von A geschnitten B dividiert durch P von B im Nenner auf. Wir sehen also, die Unabhängigkeit ist äquivalent dazu, dass die Information, dass B eintritt, keinen Einfluss hat auf die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt. Wir können hier auch die Ereignisse A und B vertauschen. Dann müssen wir natürlich voraussetzen, dass die Wahrscheinlichkeit von A positiv ist. Wir haben auch gesehen, dass die Unabhängigkeit von A und B gleichbedeutend damit ist, dass die Ereignisse A und das Komplement von B unabhängig sind. Und wir haben gesehen, dass die Unabhängigkeit von A und B äquivalent dazu ist, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B gleich derjenigen ist von A unter der Bedingung B Komplement. Das können wir natürlich nur dann hinschreiben, wenn die Wahrscheinlichkeit von B größer als 0 und kleiner als 1 ist. Salopp gesprochen ist also die Aussicht auf das Eintreten von A unabhängig davon, ob B eintritt oder nicht. Anhand eines Urnenmodells, Ziehen ohne Zurücklegen, haben wir gesehen, dass Unabhängigkeit strikt von realer Beeinflussung zu unterscheiden ist. Und wir haben auch gesehen, dass unabhängige Ereignisse, die beide positive Wahrscheinlichkeiten haben, nicht disjunkend sein können. Die Disjunktheit ist eine ganz starke Form von Abhängigkeit. Sie können nicht disjunkend sein, weil die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten, B als Produkt der Wahrscheinlichkeiten von A und B dann auch größer ist als 0. Als ersten Punkt möchte ich eine Warnung aussprechen. Im Allgemeinen gilt nicht, wenn zwei Ereignisse A und B unabhängig sind und Ereignisse B und C sind unabhängig, dann sollte man nicht folgern, dass auch A und C unabhängig sind. Das wäre hier eine Art Transitivität. Die ist hier nicht gegeben. Das heißt, der Unabhängigkeitsbegriff ist nicht transitiv. Ein ganz einfaches Beispiel soll das zeigen. Der Würfelwurf, Omega sei die Menge der Zahlen von 1 bis 6 und wir arbeiten mit der Gleichverteilung auf Omega. Das Ereignis A sei eine 1 oder 2 zu würfeln, um hier in der Anschauung zu bleiben, also die Teilmenge, die nur aus 1 und 2 besteht. Das Ereignis B bestehe aus 2, 3 und 4 und das Ereignis C aus 4 und 5. Dann gelten, die Wahrscheinlichkeit von A ist 1 Drittel, sind 2 von 6 möglichen Fällen. Die Wahrscheinlichkeit von B ist 1 Halb, es sind 3 von 6 Fällen und die Wahrscheinlichkeit von C wieder 1 Drittel, 2 von 6 Fällen. Die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B, man muss jetzt nur sehen, A geschnitten B ist nur ein gemeinsames Element in A und B, das ist die 2. Die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B ist 1 Sechstel. Und die Wahrscheinlichkeit von B geschnitten C, wenn wir hier den Schnitt ansehen von B und C, da ist nur die 4 gemeinsam in B und C. Die Wahrscheinlichkeit ist auch 1 Sechstel und 1 Sechstel ist 1 Halb mal 1 Drittel. P von A ist 1 Drittel, P von B ist 1 Halb. Man sieht also A und B sind unabhängig, aber auch B und C. Die Wahrscheinlichkeit von B mal der Wahrscheinlichkeit von C ist auch 1 Sechstel. Wir haben also Unabhängigkeit von A und B und von B und C. Aber die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten C, wir sehen, die beiden Ereignisse sind disjunkt. Diese Wahrscheinlichkeit ist 0. Sie ist also nicht das Produkt der Wahrscheinlichkeiten von A und der Wahrscheinlichkeit von C. Und insofern sind A und C nicht stochastisch unabhängig. Der nächste Punkt ist der, Unabhängigkeit und mehrstufige Vorgänge. In der Schule macht man sich viele mehrstufige Experimente anhand von Baumdiagrammen klar. So ein Baumdiagramm könnte folgende Gestalt haben. Bei einem zweistufigen Experiment, wir starten. Und auf der ersten Stufe des stochastischen Vorgangs kann ein Ereignis A eintreten oder nicht eintreten. Man zeichnet das so, dass hier ein Pfeil ausgeht vom Startpunkt. Ich schreibe das A in Anführungsstrichen, weil bei uns das A ein Ereignis sein wird. Und das Ereignis ist eine Teilmenge einer Menge Omega. Auf dieser intuitiven Ebene sagen wir, auf der ersten Stufe kann A eintreten. Die Wahrscheinlichkeit schreibe ich mal so als P-Index A. Oder es kann nicht A eintreten, A Komplement. Auch hier schreibe ich das in Anführungsstriche. Und die Wahrscheinlichkeit ist 1 minus PA. Wir werden später ein Modell haben für diesen zweistufigen Vorgang in Form eines Grundraums. Und dann werden wir auch formal ein Ereignis A definieren. In der zweiten Stufe kann dann ein Ereignis B eintreten oder nicht. Auch hier verwende ich Anführungsstriche. Die Wahrscheinlichkeit sei Pb und die Wahrscheinlichkeit, dass B nicht eintritt, sei 1 minus Pb. Entsprechend, wenn A eintritt in der ersten Stufe. Auch hier kann B eintreten mit der Wahrscheinlichkeit Pb oder B Komplement mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus Pb. Man beachte, dass wir hier ein spezielles Baumdiagramm haben. Unabhängig davon, ob wir in der ersten Stufe bei A oder A Komplement angelangt sind, die Wahrscheinlichkeit, danach zu B zu kommen, ist immer die gleiche. Pb und die Wahrscheinlichkeit, zu B Komplement zu kommen, auch. Intuitiv sollte man erwarten, dass A und B unabhängige Ereignisse sind in einem geeigneten Wahrscheinlichkeitsraum. Und den werden wir gleich konstruieren. Zunächst erhält man aufgrund der sogenannten ersten Pfadregel die Wahrscheinlichkeit, dass in der ersten Stufe A eintritt und in der zweiten Stufe B, dass wir also ganz nach links gelangen hier im Baumdiagramm, die Wahrscheinlichkeit ist P A mal Pb. Die Wahrscheinlichkeit über A nach B Komplement zu kommen, ist dann P A mal 1 minus Pb. Vom Startpunkt über A Komplement zu B zu gelangen, die Wahrscheinlichkeit ist 1 minus P A. mal P B und über A Komplement nach B Komplement zu gelangen, die Wahrscheinlichkeit ist 1 minus P A mal 1 minus P B. Jetzt kommt die mathematische Modellierung. Hier gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Ich stelle eine Möglichkeit vor. Ich setze an, als Omega, als Grundraum für das Gesamtexperiment, vier Paare, 1,1, 1,0, 0,1, 0,0. Hier bedeutet eine 1 bzw. 0 in der ersten Komponente, auf Stufe 1 tritt A bzw. A Komplement ein und eine 1 bzw. 0 in der zweiten Komponente soll bedeuten, auf der Stufe 2 tritt B bzw. B Komplement ein. Jetzt werde ich für jedes Elementarereignis, also für diese einzelnen vier geordneten Paare, Wahrscheinlichkeiten festlegen und das sind diejenigen, die wir oben sehen, unterhalb der zweiten Stufe im Baumdiagramm. Ich definiere also die Wahrscheinlichkeit von dieser einelementigen Teilmenge, Wahrscheinlichkeiten sind für Teilmengen des Grundraums definiert, definiere ich einfach als P A mal P B. Entsprechend die Wahrscheinlichkeit für das Paar 1,0 als P A mal 1 minus P B für das Paar 0,1 zu 1 minus P A mal P B und für das vierte Paar, das schreibe ich jetzt nicht hin, ist natürlich nichts anderes als 1 minus die Summe dieser drei Wahrscheinlichkeiten und da kommt raus 1 minus P A mal 1 minus P B, was man im Baumdiagramm ganz rechts unten sieht. Ich definiere jetzt die Ereignisse A und B formal und die werden sich als theorastisch unabhängig erweisen. Das Ereignis A, anschaulich ist es ja, dass in der ersten Stufe im Baumdiagramm das Ereignis A eintritt und man erkennt, es sind zwei Paare. Die erste Stufe ist die erste Komponente, da ist jedes Mal eine 1 und bei der zweiten Stufe, das kann einhergehen mit B oder mit B Komplement, deshalb einmal die 1 und einmal die 0. Formal haben wir jetzt eine Teilmenge des Grundraums Omega. Entsprechend das Ereignis B, das sind diese beiden Paare, hier kommt es auf die zweite Komponente an, die ist immer eine 1, das bedeutet das Eintreten von B in der zweiten Stufe und das geht einher mit dem Eintreten von A oder von Nicht-A in der ersten Stufe. Man sieht auch sofort A geschnitten B. Der Durchschnitt besteht nur aus diesem Paar 1,1. Jetzt können wir die Wahrscheinlichkeiten von A ausrechnen. Es gilt, die Wahrscheinlichkeit von A, hier muss ich die Wahrscheinlichkeit dieser beiden Paare addieren, Das ist also Pa mal Pb plus Pa mal 1 minus Pb. Hier sieht man bei der Addition, hebt sich Pa mal Pb weg. Es bleibt übrig, Pa, wie es anschaulich auch sein sollte. Entsprechend die Wahrscheinlichkeit von B ist Pa mal Pb plus 1 minus Pa mal Pb. Und hier erhält man Pb, auch wie es sein sollte. Sehen wir uns die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B an. A geschnitten B besteht nur aus dem Paar 1,1. Also ist die Wahrscheinlichkeit Pa mal Pb. Wir haben eben gesehen, Pindex A ist diese Wahrscheinlichkeit P von A und Pindex B ist die Wahrscheinlichkeit von B. Wir erhalten also das Produkt der Wahrscheinlichkeiten und damit sind A und B stochastisch unabhängig. Aus dieser Folie sollte klar werden, dass ein Baumdiagramm nur der Veranschaulichung mehrstufiger stochastischer Vorgänge dient und dass eine einfache mathematische Modellierung solcher Vorgänge möglich ist. Bei mehr als zwei Ausgängen pro Stufe und mehr als zwei Stufen sind Baumdiagramme zudem kaum mehr handhabbar. Ich möchte jetzt die obige Situation auf den Fall verallgemeinern, dass bei zwei unabhängig voneinander ablaufenden stochastischen Vorgängen jeweils mehr als zwei Ausgänge möglich sind. Diese Verallgemeinerung trägt den Titel Unabhängigkeit und Produktexperimente. Wir betrachten im Folgenden die Situation zweier getrennt ablaufender stochastischer Vorgänge. Ein erster stochastischer Vorgang sei beschrieben durch einen Grundraum Omega 1 und wir stellen uns vor, dieser Ausgang habe r verschiedene Möglichkeiten. Die kann ich dann ohne Beschränkung der Allgemeinheit mit den Zahlen von 1 bis r identifizieren. Es sollen mindestens zwei Ausgänge möglich sein. Es gäbe Zahlen, nicht negative Zahlen, p1 bis pr mit der Summe 1. Anschaulich ist pj die Wahrscheinlichkeit für den Ausgang j bei einem stochastischen Vorgang, der durch diesen Grundraum Omega 1 beschrieben wird. Für eine Teilmenge d von Omega 1 definieren wir jetzt die Wahrscheinlichkeit von d, wirklich ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf den Teilmengen von Omega 1 durch p1 von d Nun, es wird einfach summiert über diese p i über alle Elemente i in Omega 1, die in d liegen. Entsprechend sei ein Grundraum Omega 2 vorhanden. Das sind hier die Zahlen von 1 bis s. Sie stehen prototypisch für einen stochastischen Vorgang mit s verschiedenen Ausgängen. Auch hier ist s größer gleich 2. Und entsprechend haben wir hier nicht negative reelle Zahlen q1 bis qs, die sich zu 1 aufsummieren. Auch hier ist anschaulich qj die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ergebnis j einstellt in diesem stochastischen Vorgang. Wir definieren ein Wahrscheinlichkeitsmaß p2 auf den Teilmengen von Omega 2, indem wir für eine Teilmenge e von Omega 2 analog zu oben setzen. p2 von e ist definiert als Summe der qj über alle j in Omega 2 mit der Eigenschaft j ist Element von e. Man sieht, diese Wahrscheinlichkeitsräume modellieren getrennte stochastische Vorgänge, die unabhängig voneinander ablaufen können. Hier kommt das Wort Unabhängigkeit. Ich setze jetzt an als ein Grundraum für ein Experiment, was alle Daten aus diesen beiden Experimenten zusammenfasst an. Und ganz einfach, Omega ist das kathesische Produkt von Omega 1 und Omega 2, also nichts anderes als die Menge aller Paare i, j mit i aus Omega 1 und j aus Omega 2. Für eine Teilmenge c von Omega definieren wir jetzt ein Wahrscheinlichkeitsmaß p. p von c ist definiert als Summe über alle ij in Omega mit i, j Element c. Und wir bilden hier die Produkte p i mal qj. Man sollte erkennen, dass wirklich ein Wahrscheinlichkeitsmaß herauskommt auf diesem kathesischen Produkt Omega, denn diese Summen liefern nicht negative Werte. Und wenn wir über alle i und j summieren, ergibt sich die Summe 1, denn wir können hier getrennt summieren. Nach dem Distributivgesetz ist die Summe über alle i und j nichts anderes als die Summe in Klammern über alle p i, i von 1 bis r, mal in Klammern die Summe a la qj, j von 1 bis s. Und die jeweiligen Summen sind 1 und damit ist natürlich auch hier die gesamte Summe 1 und das wäre p von Omega. Dieser Wahrscheinlichkeitsraum Omega p modelliert ein sogenanntes Produktexperiment. Dieser Begriff beinhaltet die Vorstellung von zwei räumlich oder zeitlich getrennt ablaufenden stochastischen Vorgängen. Intuitiv ist zu erwarten, dass Ereignisse A und B in diesem Grundraum Omega, wenn sich das Ereignis A nur auf die erste Komponente Omega 1 bezieht, das müssen wir spezifizieren, und das Ereignis B nur auf die Komponente Omega 2, dass diese Ereignisse dann stochastisch unabhängig sind. Das wollen wir jetzt formalisieren. Wir definieren ein Ereignis A wie folgt, es sei die Menge derjenigen Paare ij im Grundraum, derart, dass wir für die Komponente i, die bezieht sich ja gerade auf das erste Experiment, was mit Omega 1 modelliert wird, dass wir dort etwas fordern. Wir sagen, i soll zu einer Menge A Schlange gehören. j ist beliebig aus Omega 2, wobei A Schlange eine Teilmenge von Omega 1 ist. Man sieht also hier den Unterschied, auch formal, das Ereignis A ist eine Teilmenge von Omega des kathesischen Produktes und A Schlange ist eine Teilmenge von Omega 1. Entsprechend ein Ereignis B, was sich nur auf Omega 2 bezieht, auf diesen Grundraum, man könnte das so beschreiben, es ist die Menge aller ij in Omega, aller dieser Paare, mit der Eigenschaft, jetzt ist i beliebig, i Element Omega 1 und wir fordern für das j etwas. Diese zweite Komponente, das Ergebnis in dem Grundraum Omega 2, soll zu einer Menge B Schlange gehören, wobei B Schlange eine Teilmenge von Omega 2 ist. Was folgt für die Wahrscheinlichkeiten? Die Wahrscheinlichkeit von A ist, jetzt muss man sich die Definition ansehen, weiter oben steht P von C, wir müssen summieren über alle i Element A Schlange und über alle j aus Omega 2. Über was summieren wir? Über Pi mal Qj. Man sieht, bei der Definition von P von C wird summiert über alle Paare, formal ist diese Einfachsumme eine Doppelsumme, aber hier haben wir eben getrennte Summationen, denn diese Paare sind dadurch bestimmt, dass die erste Komponente in A Schlange liegt und die zweite Komponente beliebig ist. Und deshalb kann ich hier getrennt summieren, wenn man das i gedanklich festhält in der ersten Summe und führt die Summation in der zweiten Summe durch, dann sieht man, dass Pi ist eine Konstante, die kann ich vor die zweite Summe ziehen, aber dann steht da die Summe über Qj, j Element Omega 2 und die ist 1. Also bleibt hier über die Summe über alle i Element A Schlange, Pi. und wenn man die Definition von P1 ansieht in dem ersten b-schen Kästchen, dann sieht man, das ist nichts anderes als P1 von A Schlange. Entsprechend rechnet man aus, dass P von B in gleicher Weise ist P2 von B Schlange. Was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B? Wenn wir den Durchschnitt bilden von A und B, dann sieht man, es bleiben diejenigen Paare über i, j mit i aus A Schlange und j Element B Schlange. Auch hier haben wir dann diese Summe analog zu oben. Es wird summiert über Pi mal Qj und auch hier gibt es getrennte Summationen. Bei der zweiten Summe, bei festem i in der ersten Summe, kann ich Pi nach vorne ziehen und dann bleibt über die Summe über Qj, j Element B Schlange das ist aber P2 von B Schlange und die erste Summe über i Element A Schlange, Pi, ist P1 von A Schlange. Also steht hier P1 von A Schlange mal P2 von B Schlange, aber P1 von A Schlange ist P von A und P2 von B Schlange ist P von B. Also entsteht hier das Produkt P von A mal P von B und wir sehen, und wir sehen, dass die Ereignisse A und B stochastisch unabhängig sind. Abschließend noch einige Worte zu Baumdiagrammen. Natürlich könnte man auch hier prinzipiell ein Baumdiagramm zeichnen. Beschreiben die Zahlen von 1 bis R die möglichen Ergebnisse eines ersten Zufallsexperiments, so gehen vom Startpunkt R Pfeile aus. Und von jedem der R Knoten an den Enden dieser Pfeile würden jeweils S Pfeile zu den möglichen Ergebnissen des zweiten Zufallsexperiments führen. Ein solches Baumdiagramm besitzt jedoch den Nachteil, dass es von der Vorstellung her mit einer gewissen Asymmetrie verbunden ist. Bei getrennt voneinander ablaufenden stochastischen Vorgängen könnte aber der in Anführungsstrichen zweite Vorgang zeitlich vor dem ersten stattfinden. Man sieht also, dass die Veranschaulichung mehrstufiger stochastischer Vorgänge mithilfe von Baumdiagrammen nur dann sinnvoll ist, wenn die an den Pfeilen vom Übergang von der ersten zur zweiten Stufe stehenden Wahrscheinlichkeiten wirklich vom Ergebnis der ersten Stufe abhängen.